Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, dieses T-Shirt. Lange, lange, lange hatte ich es nicht an. Heute ist nun wieder ein Paket gekommen. Josef, vielen, 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 vielen Dank. Schöne Grüße nach Tschechien. Ein Paket ist angekommen vom Skoda S100. Jawohl, er hat mir auch einen Brief geschrieben, dass er sich entschuldigt, dass das so lange nichts gekommen ist und dass das Schwierigkeiten gibt bei D'Agostini in Tschechien und dass er sich Ausgaben besorgt hat aus der Slowakei und dass das jetzt klappt und dass das wieder regelmäßig weitergeht. Als kleines Dankeschön für mein Warten gibt es mal wieder ein schönes Pilz der Urquell. Nein, wir machen hier jetzt keine Alkoholwerbung, aber das werde ich mir nach dem Video reinpfeifen. Ich sage es euch. Da freue ich mich schon drauf. Das ist richtig schön kühl noch. Das Paket ist vorhin gerade angekommen. Oder was heißt vorhin? Ich kam von der Arbeit. Das Paket wartete auf mich und freue mich riesig darüber. Des Weiteren noch als kleines Geschenk ein Skoda, so wie wir früher ihn hatten. Was heißt wir, sprich unsere Familie, sprich Mutti und Faddi. Und diesen schönen Skoda, wenn Mutti nichts dagegen hat, dann werde ich ihr den mitbringen und werde ihr den zur Erinnerung schön in ihre Vitrine stellen. Ja, ist vom Bett ein Spielzeug dann da drin. Aber ich glaube, das macht nichts. Wenn man dann das Auto da drin hat, was man früher geliebt hat, dann, ich glaube, das ist dann was Feines, was Schönes. Also, ich komme dann erstmal hier oben hoch. Und ja, wir wollen den Skoda weitermachen. Wir haben doch einige Ausgaben noch nicht verbaut. Und zwar, die habe ich mir hier schon mal parat gelegt. Von 31 bis 35 fehlt ja noch. Wir haben bis 30 gebaut und ab 36 und sprich ab 31 fehlt dann noch. Und dann geht es nachher weiter. Wir haben ja bis 47 verbaut. Und dann habe ich von 48 bis 62 noch hier. Also ein großes Paket gab es wieder. Und auf jeden Fall will ich mit euch da jetzt weiterbauen. Aber bevor wir anfangen, bitte, bitte einmal zuhören. Auch du und du da hinten auch. Oh, ja sorry, schauspielerische Einlage. Macht nichts. Gehört auch mal dazu. Und zwar, wenn irgendjemand von euch berechtigtes, habt ihr zugehört? Berechtigtes Interesse hat an einem Skoda S100. Der wird auf jeden Fall komplett besorgt, weil das jetzt auf jeden Fall klappt. Über die Slowakei, also ob nur Tschechien oder Slowakei. Das ist gehupft wie gesprungen oder gehupft wie gedohlt oder wie auch immer. Könnt ihr euch aussuchen. That is a goal. Das geht seinen Gang. Josef hat eine Garantie abgegeben, hat mir zu 100% garantiert, dass er noch einen Skoda komplett besorgen kann. Wer berechtigtes Interesse hat, es gibt natürlich einen Haken. Es gibt natürlich einen Haken. Nein, keine eine Million Dollar. Nein. Und zwar ein Kitt. Er möchte gerne den Bausatz vom Skoda 100 gegen den Bausatz von Kitt tauschen. Ein bisschen komisch ist das natürlich. Wir alle wissen, Kitt von Fanhome wird geliefert aus Tschechien. Also wir bekommen unsere Pakete von Kitt aus Tschechien. Und die Tschechen bekommen Kitt nicht. Es ist schon, es ist ein Paradoxum. Oder wie wir das auch immer nennen mögen. Gut, also wie gesagt, wer berechtigtes Interesse hat, schreibt mich gerne an. Der Erste, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist klar. Ich gebe dann denjenigen, am besten der Facebook-Name über Messenger, werde ich denjenigen an Josef weiterleiten. Und dann könnt ihr euch, dann bin ich raus, dann könnt ihr miteinander kontaktieren. Ich kann nur eins sagen, dass das hervorragend geklappt hat bis jetzt mit den Lieferungen. Ich weiß, das letzte Video vom Skoda gab es im Februar. Das sind schlappe 8,5 Monate her. Und da kann er ja nichts für. Weil er hat den Skoda zum zweiten Mal abonniert, aber viel, viel später angefangen. Und hat dann jetzt eben die Probleme... Ihr kennt sie. Diejenigen, die den DeLorean nachgeordert haben, also sprich abonniert haben, seitdem der dann eine Weile lief oder schon beendet war, haben auch einige Probleme bekommen. Aber am Ende wird der DeLorean fertig. Und wie gesagt, Josef hat da eben eine Fundgrube aufgetan, wollte ich gerade sagen. Also, ein Kumpel in der Slowakei und deswegen kann er das garantieren, dass der Skoda komplett ist. Also, wer berechtigtes Interesse hat, meldet sich bei mir. Entweder per Messenger, dann leite ich das gerne weiter. Oder sehr gerne dann auch per E-Mail. Und dann gebe ich die Kontaktdaten eben an Josef weiter. Und ja, Tausch Skoda gegen Kit. Kit hat gerade angefangen, kann man noch locker abonnieren, wenn man Interesse hat. Und den Skoda, er wird in Deutschland nicht kommen. DeAgostini, wir wissen alle, wie das da zur Zeit mit denen abläuft. Ich habe jetzt gehört, dass von DeAgostini alte Abonnements wieder aufleben lassen werden. Also, die werden wohl noch ein paar Restbestände veräußern. Normalerweise arbeite ich da im Forum bei Modelspace. Modelspace, da fällt mir dann gerade was ein. Für alle, die im Forum Probleme haben mit Modelspace oder auch Lieferungen von Modelspace. Geht bitte auf das englische Forum. So, als Info. Ich werde das auch noch ein paar Mal kommunizieren. Geht auf das englische Forum. Da wurde, ich habe da selber noch nicht reingeschaut. Da wurde ein deutscher Street eingeführt, wo man seine Sorgen und Ängste loswerden kann. Bitte auf den Ton achten. Warum sage ich das? Ich habe das oft genug erlebt als Moderator bei Modelspace im Forum, dass man dort angegangen wird. Wofür? Wir sind nicht der Kundenservice. Wir stehen bloß mit Rat und Tat gerne zur Seite mit Versuchen zu helfen. Aber ja, uns sind die Hände gebunden in vielerlei Hinsicht. Also, das ist mal so nebenbei. Also gerne, wer Sorgen und Nöte hat und bitte auf die Tonlage achten. Dann gerne ins englische Forum gehen. Wie gesagt, ich selber war da noch nicht drin. Wie man dort reinkommt oder ob man sich da neu anmelden muss, ich weiß es nicht. Ich muss da selber erstmal gucken. Ihr wisst alle, das Modelspace Forum, das deutsche, ist seit einiger Zeit tot. Und da gibt es wohl Probleme. Und ja, ich wurde selbst vom Administrator, vom deutschen Administrator schon angeschrieben. Ob ich da nicht reinkomme und ich als Moderator komme da auch nicht rein, kann keinen neuen Beitrag eröffnen, um eben das zu kommunizieren. Also, wenn man das Forum gar nicht lesen kann, dann kann man natürlich auch nichts kommunizieren. Ich probiere das in der nächsten Zeit öfter weiter, falls einer von euch das mal mitbekommt. Und Mensch, man kommt ins Forum rein. Ihr könnt mich, ihr könnt euch gerne bei mir melden. So, also, ein paar Informationen habe ich euch gegeben. Modelspace Forum und ganz wichtig, wer Interesse hat an den Skodder, an diesen schönen Motor vom Skodder, eingestaubt. Könnt ihr mich noch sehen? Wie gesagt, wer Interesse da dran hat, sich gerne bei mir melden und dann, das geht aber nur im Tausch mit Kit. Gut, wir werden jetzt anfangen zu knistern. Sorry. Das gibt immer hier was auf die Ohren. Kennt ihr bei meinen Livestreams? Da gibt es auch nochmal einen auf die Glocke. Sorry. So, ich würde sagen, ihr trinkt in Ruhe erstmal einen Schluck Kaffee. Und ich packe das mal hier aus. Und dann kommt ihr dichter. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und ja, falls euch jetzt Blut aus dem Ohr läuft, das tut mir leid. Spaß muss sein. Ich hätte ja auch mal unterschreiben können, bitte leise drehen. Das mache ich nicht. Das ist eben. Jetzt seid ihr wenigstens wach und seid aufmerksam genug und neugierig, was wir in Bauphase 31 bekommen. Ich habe noch nichts übersetzt. Ich hoffe, das kriegen wir so ungefähr einigermaßen hin. Und dann schrauben wir hier was zusammen. Schrumtrecke! Hier ist er! Hier, da ist er! Hier, da! Legen wir los. Und ihr kommt ran hier. Mann, der sammelt sich hier heute wieder um Kopf und Kragen. Bauphase 31. AM-Schrauben! Wir kriegen Schrauben. Ist das nicht schön? AM-Schrauben fällt mir ein. Kommt ins Metall. Schneidöl fertig machen. Bereitet euch Schneidöl vor. Und dann haben wir hier zwei Teile. Die sind spiegelbildlich. Und das sind... Levi-Pritney-Bodedi-Cola. Oder so. Ist egal. Das sind auf jeden Fall Radkästen hinten. Ich nenne sie Radkästen hinten. Die werden da hinten eingebaut. Das machen wir auch. Und zwar holen wir uns... Habe ich hinten gesagt? Blöd Mann. Ich habe doch vorgelesen vorne. Wir werden die jetzt vorne einbauen. Und zwar... Kommen die... So rum. Nach innen. Also das orangene kommt nach innen. Müssen wir hier so weit vorbeigucken? Ne, das ist ja Quatsch. Wir sollen eine Schraube... Ach, hier. Hier oben kommt eine Schraube rauf. Hier oben. Das kann ja hier nicht ganz passen. Hier stimmt was nicht. Und das ist doch schön, wenn was nicht stimmt. Weil ich schon... ...den Innenraum festgeschraubt... Ne, den... Mario, du bist doch düsig. Den Innenraum rausnehmen. So, Innenraum rausnehmen. Weil auf dem Bild ist doch gar kein Innenraum zu sehen. Und dann ist es natürlich einfach. Ne, dann wird das hier so raufgesetzt. Mit AM-Schrauben. So. Schrobenträger in Aktion. AM-Schraube. Und dann geht das los. Und nebenbei können wir dann den... ...über acht Monate alten Stau entfernen. So. Jetzt geht das auch ein bisschen leichter mit den Schrauben beim Skoda. Weil, ja. Damals habe ich noch nicht regelmäßig Schneidöl verwendet, ne, glaube ich. Könnt ihr ja sagen. Habe ich damals auch schon Schneidöl verwendet? Ich weiß das nicht mehr. Ihr seid da bestimmt besser. In Aktion. Also. Ich bin so froh, dass ich mit dem Skoda wieder weitermachen kann. Ich hoffe ihr auch. Weil es haben viele, 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 viele von euch... Er neigt schon wieder zur Übertreibung. Viele von euch haben schon nachgefragt und nachgefragt. Wann geht es mit dem Skoda weiter? Mario, wann geht es mit dem Skoda weiter? Baust du den überhaupt noch? Ja, ich habe Mails gekriegt, Kommentare ohne Ende. Und ich habe sie auch immer beantwortet und habe gesagt, wenn die nächste Lieferung kommt, dann geht es wieder weiter. Heute kam eine Lieferung. Heute kommt ein neues Video. Ich freue mich riesig darüber. Gut, das war dann die Bauphase 31. Die 32 folgt so gleich, nachdem ich sie ausgepackt habe. Also Cut bis gleich. Was bekommen wir in Bauphase 32? Ich habe nichts übersetzt. Das kriegen wir so hin, ne? Putzdroh, na batterie. S- wie pinacem. Das heißt, Batteriekasten mit Schalter. Knack, knack. Stimmt, ne? Wer kann tschechisch? Habe ich das richtig gesagt? DM und PM Schrauben. Wir legen los. Wir brauchen wieder unser Chassis. Hier haben wir das. Und hier diese Aussparung. Und da kommt jetzt der Batteriekasten. So rüber. Und hier der Schalter rein. Zack. So rum oder so rum. Oder so rum oder so rum. Geht ja nur so. Und hier dann der Batteriekasten rauf. So, jetzt muss ich natürlich einmal schauen. Wir brauchen für hier DM Schrauben. Und für die anderen dann nachher PM Schrauben. Logisch, ne? Wenn wir die beiden Sorten geliefert bekommen haben. So. DM Schrauben für den Batteriekasten. Also da ist eine, kommt eine Schraube rein. Und hier kommt eine Schraube rein. So. Ich bin so euphorisch geladen. Ich freue mich, dass ich wieder weitermachen kann. Josef ist schon ein guter tschechischer Freund, ne? Kumpel. Wir kennen uns noch nicht persönlich. Vielleicht wird das ja mal irgendwann so sein. So. Und die PM Schrauben. Damit werden wir den Schalter festschrauben. Also, ja. War nicht viel zu machen. Aber dafür konntet ihr in diesem Video sogar schon eine zweite Ausgabe sehen. Ist das nicht schön? Ihr merkt, ich bin positiv geladen. Das kann auch mal durchaus anders sein. Aber heute ist es nicht. Heute ist das durchweg positiv. Das war dann die Bauphase 32. Und wir schauen uns gleich die 33 an. Da wird ein bisschen mehr passieren, glaube ich. Aber weiß ich noch nicht. Man ist hier ein Stülf. Man ist hier ein Stülf drauf. Gut. Ja. Cut bis zur Bauphase 32. Wer hat aufgepasst, was Mario gerade gesagt hat. Bauphase 32. Nein. 33. DM Schrauben. Den Batterieverschließungsdeckel. Den Batteriekastensverschließungsdeckel. Hier, ne? Ja. Wenn Batterien dann drin sind. Dann bekommen wir einen blau-weißen Schalter mit der Nummer C und mit D einen grünen-roten Schalter. Also hier ist Backbord und Steuerbord. Was ist Backbord? Was ist Steuerbord? Bitte um Antwort. Und blau-weiß. Und wir bekommen eine Platine. Was machen wir? Nichts. Doch, doch. Den Gefallen tue ich euch nicht. Wir machen schon was. Und zwar werden wir die Platine anschrauben. Das heißt, diese Sachen etwas beiseite. Wir holen abermals das Chassis. Und werden dann die Platine einbauen. Und zwar hier. Hier. Erstmal rausfummeln. Fummel, fummel. Schaffe ich nicht. Wer kann mir helfen? Komm. Ich weiß, ihr seid hilfsbereit. Ihr seid eine Menge Leute sind von euch da draußen. Die sind so hilfsbereit. Man kann echt stolz auf euch Community sein. So. Jetzt. Wie rum kommt das Ganze? Wir gehen nach der Abbildung. Und dann kommt das Ganze so hier rein. Mit DM Schrauben. Die haben wir ja auch mitgeliefert bekommen. Also hier muss man dann nur nach der Abbildung gucken. Da steht natürlich was. Das ist der Connector Kabel Loo. Und so, dass das da vernünftig rein muss. Mit DM Schrauben. Vier Stück an der Zahl. Werden wir dann auch gleich mal anschrauben. Dann haben wir auch die Bauphase 33. Voll in Arbeit. Ich mache noch nicht ganz fest. Nur ein bisschen. So. Das wäre doch gelacht, wenn ich den Skodder nicht auch noch fertig bekomme. Zwar nicht vor Bienenschulze. Kennt ihr Bienenschulze noch nicht? Habt ihr am Anfang im Intro das Motorengeräusch gehört? Das habe ich von Bienenschulze bekommen. Der hat einen echten Skodder. Und der baut auch den Skodder in 1 zu 8. Deswegen bin ich da drauf gekommen. Weil er den baut. Und ja. Also wenn ihr schon mal noch weitere Fortschritte sehen möchtet. Ohne Gesabbel. Kann ich euch Bienenschulze empfehlen. Aber ja. Ist halt ohne Gesabbel. So. Dann werden wir dieses Kabel anschließen. Und zwar an den Port. Wie kann man das nur erkennen? Ich sehe den. Aber das muss man ja auch irgendwie erkennen können. Und zwar an diesen. Aber ich kann da nichts lesen. Tja. Also wer lesen kann, ist klar am Vorteil. Ich bin im Nachteil. Ich kann nicht lesen. So. Auf jeden Fall kommt der Stagger hier rein. Der kann auch gerne mal drinne bleiben. So. Haben wir ihn. Und nun. Haben wir ja noch zwei. Und zwar der Blau-Weiße. Kommt als nächstes. Und der kommt dahin. Laut Anleitungsbild. So. Hier richtig. Richtig reinstecken. Bitte richtig. Zack. Hier. Schalter. Schaltet. So. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hingeschaltet habe. An oder aus. Und dann haben wir einen weiteren. Und der kommt. Genau da drunter. Ich kann das nicht. Also er zeigt mir, dass es da hin soll. Aber er zeigt nicht den fertigen Punkt. Und dass er da auch ist. Das hat er bei den anderen Kabels gemacht. Da steckt er nun. Und dann werden wir das Ganze hier durchstecken. Oder wo sollen wir das durchstecken? Nein, wir sollen gar nicht. Das Kabel sollen wir gar nicht. Das soll hier hängen bleiben. Wir sollen das aber umdrehen. Schön vorsichtig. Schön vorsichtig hinlegen. Und dann nehmen wir den Batteriekastendeckel und schnappseln ihn hier rein. Einwandfrei. Das passt einwandfrei. Kriegen wir das noch wieder raus. Jawohl. Super. Super. Supi. Oh, habt ihr den Wagen nochmal von unten gesehen? Noch ist er sauber. Aber lass uns mal einmal über den Äcker fahren damit. So. Siehst du wohl. Das war dann die Bauphase 33. Wollen wir mit der 34 noch was tun? Komm. Wir machen noch die 34. Vielleicht schauen wir auch noch die 35. Wenn ihr so viel Geduld habt. Also einmal Cut. Bis gleich. In die 34 kriegen wir Unterlegscheiben. Hier zwei. Wofür die sind? Ich weiß es noch nicht. Dann Mario Mario Schrauben. Also MM Schrauben. Wir bekommen einen weiteren Schalter. Ein Schalter mit LED. Oder ein Schalter und eine LED. 34 B. Beides. Dann 34 D. Da sind vier LEDs dran. Dann haben wir 34 C. Da sind zwei LEDs dran. Und wir bekommen 34 A. Eine Box. Oder auch Lautsprecher genannt. Ich kriege das nicht ausgepackt. Können wir nicht weiter basteln. Ha. Glück gehabt. So. Mit Öl. Wir schauen in die Bauanleitung. Und siehe da. Ich habe es geahnt. Der Lautsprecher wird gleich eingebaut. Mit MM Schrauben. Aufmerksame Beobachter werden das schon lange gesehen haben, dass hier ein Lautsprecher reinkommt. So. Wie rum. Mit dem Kabel. Mit dem Kabel. Wir legen den rein. Und dann. Mit dem Kabel. Mit dem Kabel Richtung. Hier rum. Richtung hier die Dingsbums. Die Bumsdings. Platine. Wir machen mal ein bisschen länger. So. Und dann nehmen wir eine Schraube. Eine MM Schraube und Unterlegscheibe. Und dann kommt das Ganze einmal da und einmal da. Also einmal hier. Und das ist auch eine Art Verschraubung anbauen. So. Erstmal nur ein bisschen. Noch nicht komplett. Fest. Und dann. Das Ganze auch nochmal auf der anderen Seite. So. Und so. Jetzt werden die Unterlegscheiben gequetscht. So. Das Kabel kommt rein. Neben den grün-roten. Siehst du wohl. Dann sollte das da auch passen. Vielleicht nehmen wir jetzt mal eine Pinzette. Oder doch nicht. Das ist ganz schön knapp. Das ist ganz schön knapp. Dann lösen wir das Ganze nochmal. Und erst mal den Stagger reinstecken. Das Kabel hätte... Ne, wir wollen nicht schimpfen. Hätte... Ne, braucht... Hätte nicht länger, soll brauchen. So. Das passt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ne? So. Gut. Der fällt nicht raus. Das ist auch nicht so. Als nächstes schmeißen wir erstmal alles runter. Das müssen wir nachher alles wieder aufsammeln. Ich sage es euch. Ich muss nachher wieder Ordnung schaffen. Wir brauchen 34C. Hier haben wir 34C. Das müssen wir erstmal auseinander tütteln. Und ihr seht, hier ist eine LED. Dann... Mit Stecker und Verbindung. Und hier, ne, Kupfer und so. Und hier ist noch eine LED. Also mit zwei LEDs. Und dann haben wir hier 34C. Einen rot-grünen Stecker. Der kommt... 34D, Entschuldigung. Der kommt... Da neben rein. Hier. Eieieiei. Also man kann das, wie gesagt, nicht richtig lesen. Vielleicht kann man das lesen. Nur ich nicht. So. Auch der ist jetzt drin. Dann haben wir 34E. Und das ist hier der Schalter. Ein kleiner. Schaltet. 34E. Der kommt. Ach, eine NM-Schraube habe ich noch vergessen. Ich sehe das gerade. Hier ist ja noch eine Verschraube. Hier kann man ja nochmal einen verschrauben. Ich habe mich schon gewundert, warum ich diesmal zwei übrig habe. Also sind wir beim Rückschritt. Also einen Schritt zurück. So, dann kommt hier auch noch eine rein. Wunderbar. 34E. Der Schalter kommt... ...ein davor rein. Sprich hier. Ist das richtig rum? Ja. Da muss man nämlich aufpassen, dass die Nupsis in die Löcher reingehen. So. Weiter im Text mit der 34F. 34F. Das müssen wir erstmal auseinander tüdeln. Oder wollen wir das so lassen? Ne, das müssen wir... Hier sind ja zweimal. Hier sind ja auch zwei. Das ist ja 34F und 34B. Also erstmal auseinander tüdeln. 34F ist eine LED. 34F kommt wo hinein? Und zwar da außen. Hier ganz außen. Nächstes Bauteil ist 34B, kommt daneben. 34B ist ein Schalter. Er knackelt, also schaltet er. 34B kommt daneben. Also haben wir heute Kabelitis. Kabelage. Wirrwarr. Nennt er es, wie er es wollt. So. Nach 34B haben wir noch 34D. Wieso habe ich 34D? Habe ich das verkehrt eingebaut. Das ist ja auch 34C. Hä? Jetzt habe ich was falsch gemacht. 34C kommt hier wieder raus. Und kommt hier außen rein. Der Stecker muss andersrum. Und hier kommt jetzt 34D rein. Das müssen wir dann nochmal auseinander. Ich habe mich schon gewundert, wieso das hier nicht weitergeht. Also hier. 34D hat vier LEDs. Also das darf man dann auch nicht vertauschen. So. Aber den kriegen wir hier auch noch rein. Zack. Alle Kabelitis drin. Was ein Kabelbaum. Die werden wir alle hier so nach vorne legen. Ferdig. Wie das nachher alles vertüdelt wird. Das sehen wir dann. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal bei. Und machen nochmal die Bauphase 35. In Bauphase 35 bekommen wir hier Unterleg, Füße, Unterstellböcke. Ich brauche die nicht. Kann weg. Dann bekommen wir Kabelitis. 35A ist eine LED. 35C ist eine Kupplung. 35B sind viele, viele. Und zwar sind das, wie wir hier schon erkennen können, aus vielen anderen Modellen, Türkontakte. Dann bekommen wir Kabelbrücken. KM, QM und FP Schrauben. So wie, ja, Aufkleber kennen wir auch, um Kabel zu fixieren. Ob ich die nehme oder andere, das werden wir dann gleich gewahr. Weil, hm, wir neigen ja dazu, eigenes Klebeband zu verwenden. Dafür muss ich das erstmal suchen. Aber, ach doch, so weit ist das gar nicht weg. Ich habe einmal diese Sorte. Und einmal diese Sorte ist meistens etwas besser. Wir starten mit 35C. Ich werde mal die Stecker alle reinstecken. und das Ganze, äh, das Wirrwarr auflösen mit den Kabelbrücken. Und euch dann das Ergebnis zeigen. Ich glaube, das ist dann besser, bevor ihr jetzt noch mehr Kabelwirrwarr seht. Und wird euch dann das Endergebnis zeigen, wie das Ganze dann aussieht. Also, ja, bis gleich würde ich sagen. Tschüss, tschüss. So, die Kabellage wird wie folgt eingepackt. Also, diese hier nicht. Die werden hier nach hinten gelegt. Vier LEDs nach hinten. Ja, äh, ich sag mal, Bremslichter und Rücklichter, oder? Ja. Klar. Und dann noch irgendwas, was hier nachher noch ankommt. Was? Werden wir sehen. Dann einmal hier abgesplittete Türkontakte. Ja klar, für die hinteren Türen. Nicht? So, wir gucken weiter nach vorne. Wir drehen das Ganze um. Wir haben hier schön ein Kabelpaket genau in der Mitte. Einmal frei. Und dann nach vorne. Hier haben wir bestimmt Armaturenbeleuchtung. Wir haben hier weitere Türkontakte für die Türen dann vorne. Nehmen wir die mal so beiseite. Dann haben wir zwei LEDs für die Lichter vorne. Und dann haben wir eins, zwei, drei, vier Schalter. Auch die werden dann sicherlich im Armaturenbrett im Dashboard eingebaut. Und eins ist bestimmt. Hup. Eins ist so, eins ist so. Jetzt mal so, ne? Ohne Scheiß. Eigentlich könnte man das doch jetzt testen, oder? Wisst ihr was? Ich werde mir mal ein paar Batterien besorgen. Und die werde ich mal rein machen. Und testen. Weil in der Platine ist alles voll. Alle Kabel sind dran, ne? Und jetzt spricht ja eigentlich nichts dagegen. Achso. Hier wird bestimmt... Na gut, eins fehlt jetzt ja noch, ne? Vielleicht ist das, was hier noch fehlt... Hallo, wo bist du? Hab dich verloren! Hab dich verloren! Das ist egal. Aber da ist ja eins, wo nichts dran ist. Oder war das hier hinten? Egal. Schiedigol. Doch, nach hier hinten. Zum Motor. Hier. Das wird sicherlich dann die Innenraumbeleuchtung sein. Wenn die Tür auf ist, BANG! Geht das Licht an. Oder? Bestimmt. Also, gut. Ich werde ein paar Batterien besorgen. Ein bisschen aufräumen. Und dann wollen wir das einfach mal testen. Wir machen das einfach. Die Aufkleber habe ich nicht verwendet. Hier sollen dann jetzt hier so ab und zu mal ein paar Aufkleber rüber. Äh, äh, ganz ehrlich, darf ich das sagen? Ach ja, Videos sind ja nicht für unviel Kinder. Darauf geschissen. Die kommen weg. Weg damit. Und falls ich irgendwas brauche, werde ich das später mal sehen. Und dann nehme ich anderes Klebeband. Gut. Batterien besorgt. Wir brauchen Strömung. Äh, und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Ich hoffe, da passiert was. Sonst, ja, hat mich zum Affen gemacht. Wach? So, Batterien sind drinne. Das Batteriefach ist ein bisschen doof gemacht. Für die zweite Batterie muss man echt die Feder zurückziehen, damit man das Ganze reinbekommt. Also, das ist, naja, gut. Okay. So, aber dafür ist der Schalter hier unten eine gute Position. Den schalten wir mal ein. Und siehe, da eine Lampe geht. Ich nehme an, Innenraumbeleuchtung. Gut. Wir haben hier diesen kleinen Schalter. Da drücken wir mal rauf. Und ihr seht hier, Bremslichter. So, dann haben wir hier einen Schalter. Licht. Hier seht ihr das rote Rücklicht. Und hier vorne die beiden Scheinwerfer. So, dann haben wir hier noch zwei Schalter. Jetzt muss ich mal gucken, welcher was ist. Die Hupe. Die Hupe. Genug gespielt. Und jetzt kommt, gut, dass ich den als letztes genommen habe. Aber hat ja hingehauen. Der blau-weiße ist der. Na, ich weiß nicht, ob er sich so angehört hat. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall braucht er ein bisschen Strömung, weil wir sehen dann, dass Licht flaggern. So, jetzt schalten wir das nochmal auf. Wollen wir nochmal den Motor hören? Oder die Hupe. Die Hupe. So, Licht an, Licht aus. Hupe. Dann das Bremslicht. Das ist der ganz kleine. Der bremst schön doll. Dann wollen wir nochmal Licht anmachen. Und dann bremsen. Jawoll. Funktioniert. So, und dann... Ach komm hier, einmal nochmal. Einmal. Also, die Strömung geht. Einmal frei. Hauptschalter aus. Das war dann auch noch die Bauphase. Habe ich jetzt vergessen. 36. Oder 35. Ich muss auch nochmal in das letzte Heft gucken. 35. Gut. Bis 35 verbaut. Und, ja. Dann gucken wir gleich mal rein, was wir beim nächsten Mal tun. Ja. Skoda. Komm mal her. Wir legen mal hier alles hier wieder rauf. Die Kabel liegt es hier. So. Von hier vorne auch. Jetzt sieht das natürlich nicht mehr so schön ordentlich aus. Aber wir wollen die Kabel ja nicht, wer weiß, wohin hängen lassen. Man könnte sie jetzt ein bisschen einwickeln. Aber mal gucken, wie es demnächst weitergeht. Wie gesagt, Bauphase 36 haben wir ja schon mal gebaut. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da gemacht haben. Und wir sind ja bis Bauphase 47 gekommen. Das heißt, beim nächsten Mal machen wir mit der 48 und folgen wir weiter. Mal sehen, wie weit. Da geht es ja mit dem hinteren Sitz, mit der hinteren Sitzgruppe weiter. Die ist ja noch nicht komplett. Und, ja. Die Strömung hat funktioniert. Der Test ging. Ich hatte jetzt auch keine Manschetten, den Test auszuprobieren. Und, ja. Der Skoda ging wieder weiter. Bauphasen 31 bis 35. Haben wir fünf Ausgaben geschafft. Ihr seht, ja. Es geht weiter. Ich freue mich riesig. Nochmal vielen, vielen Dank an Josef. Nochmal für euch zur Erinnerung. Wer von euch möchte den Skoda S100 bauen, einmal bei mir melden. Im Tausch gegen KIT ist das möglich. Josef hat da extra nach, explizit danach gefragt. Bei berechtigten Interesse nur gegen KIT. Also, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bleibt weiterhin neugierig. Schaut wieder rein. Passt auf euch auf. Ganz wichtig, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kicken wir weiter in. Beim Skoda S100.